Kaum hatten wir den gebucht, ist mein Vater ins Krankenhaus gekommen und dann auch alsbald gestorben. Das war eine ganz tolle Innenkehr. Das erste Mal wieder aufatmen, die Sonne auf der Haut, die Kinder im Arm und wir waren einfach nur froh zu leben. Hat noch meine Mutter gesagt, hey, ihr fahrt weg, ich brauche auch Sonne, ich komme. Ihr wohnt in unserem Traumhaus. Das ist zu haben und zack. Die Lehrer, die haben gesagt, in der ersten, zweiten Woche schon hat sie angefangen, Englisch, was sie vorher noch nie gesprochen hat, zu sprechen. In Spanisch zu verstehen. Mit den Elementen auch so eng beieinander, also selbst wenn wir abends zum Schlafen die Türen zugemacht haben, haben wir immer noch das Gefühl gehabt, wir sind draußen. Ich will mit Oma Schlittschuh laufen gehen und wir standen da mitten im Urwald schwitzend und ich so, wie? Schlittschuh laufen mit Oma, das geht jetzt nicht. Jetzt halten wir noch mal inne. In Deutschland liebe ich die Wildkräuter. Hier habe ich jetzt keinen Fluss, in dem ich springen kann. Dafür habe hier Wälder, in denen ich spazieren gehen kann.